Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Arxissi und Franz und wir suchen jetzt noch einen Schaub und zwar in Richtung Leuchtung rüber. Ich habe sicher zahlbar Buchen und Karotten mit und mein Essen. Moment, ich sollte mal mein Essen auch irgendwo hinlegen. Das können wir weg tun. Wir müssen aber natürlich aufpassen, weil Arxissi und so. Was ist denn da? Ich weiß nicht, dass da ein Haar ist. Lol. Der tut mir wohl jetzt fast leid. Und der Haar für Sternzehne. Level 90. Männlich. Ja Megaloson, ich würde sagen, du hast einen scheiß Tag. Du hast dich doch festgefahren. Tut mir fast leid. Ein paar Pteranodons, wobei der Ende doch voll mal richtig gut ist. Egal. Ich brauche keinen. Ja. Ja, ich musste ja unbedingt da und konnte keine zwei Meter rüber, ich weiß ja. so. Wenn du nur 150er bist, bist du uninteressant. Gut. Du bist uninteressant. Du bist nur 140. Globob. Ah. Aber ich sehe gerade nur hohe Weibchen. Ich bräuchte ein hohes Männchen. Level 60 ist jetzt ein entschiedenes Neujahr. Alles andere ist weiblich? Oh Mann. Der hat einen Harem hier. that's. Well. Das könnte natürlich in Kutsch gefallen, so ein Haar. Ich habe aber neulich die Puppe auch los. Schauen wir mal da hoch. Bin ich froh, dass Pferde kommen, es dann mir noch verlieren. Kleine Schaf kann ja auch los, okay. Könnte aber heißen, alles war und von kurzem hier, damit es keine Schafe gibt. Schafe. Level 100 weiblich, Level 55 männlich. 50, 90, das gibt es ja nicht. 85. Geh zumindest mal in die richtige Richtung. Selbst der Diplodocus hier hat ein besseres Level. Aber ist ja kein Wunder, den will ich ja nicht zähmen. Langsam frage ich mich aber echt, wo die Alus hin sind. Sorry. Vielleicht war die so schockiert davon, dass ich einen Alu geteamt habe, dass die jetzt ausgewandert sind. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Was ich die anderen gesagt habe, schnell weg von der Verrückten, sonst landen wir auch noch bei dir. Ja. 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 Die Haare. Ja. 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 nichts in Aufruhr, es ist alles friedlich, still, leise, keine Ahle los. Keine Schärfer. Hmmmm. Boots hat garantiert alle Schafe hier bestochen. Keine Huchen. Da stecken sich alle. Ah, super. Jetzt dunkel auch noch. Ähm, Gott. Mal Essen sammeln. Wobei ich ja zugeben muss, ich ess gern Kartoffeln. Aber nicht nur. Und vor allem kann man es dir nicht so viel machen. Mal unterstehen, kies. Also, da, ja. Hm? Wiks? I'm sharp. Sorry. Ich könnte auch sagen, das nächste Männchen schafft, dass ich sie wieder gut, aber hm. Was ist das mit dem Level 60? Ja. Wenn ich euch jetzt das Männchen klaue, dann habt ihr keins mehr. So. Ich doch, ihr habt keine Järzeln mehr. Ähm, ihr seht's nicht viel, oder? Ja. 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 So, Moment, ich kann ja Abhilfe schaffen. Wackel. Wackel. Könnte man sich überlegen, ob wir entweder einen Schafstall bauen oder ob wir das Haus zuerst fertig machen. Ich glaube, zuerst machen wir es Haus fertig und dann kümmern wir uns um die Ställe. Ja, komm schon, Uwis. Ja, komm ja, kleine Schiffchen. So, was haben wir da? Kämme aber auch heute schon, nehme ich an. Da ist noch das, genau. So, und du, mein Lieber? So, könnte es drin sein, da. Bleibst du da? Du kriegst einen neuen Namen. Du wirst jetzt der I. Du wirst das Schafkater. So, Auftrag erfüllt. Ich habe eine kleine Schafserde. Aber, Coach, ich kann da garantieren, bei mir lebst du länger. Außer es kommt jetzt plötzlich mal alle um die Ecke. Also, das mit der Garantie nehme ich doch wieder zurück. Mitten in der Nacht, wir reiten hier durch die Pampa. Vermisst ihr die alle, was die in der Gegend normalerweise sind? Na, kommt's ja, meine Schiffchen. Da, kommt's ja, meine Schiffchen. Ich sehe sie schon springen. Ihr wahrscheinlich noch nicht. Dun, 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 dun. Ja, ja, kommt's angehoppelt. Mäh. Komm, ich habe zwei Weibchen für euch. Ah, der Vulkan ist auch wieder am Ausbrechen. Ich hatte schon nicht, dass man jetzt da die Picknickdecke aufbreiten würde. Und, äh, warum nicht? Die zwei sind da. Ja. Na, dann warten wir wieder auf die zwei Hoppelschiffchen. Ach man, die Pikes sind zu schnell. Jetzt hätten wir vier Schiffchen. Alle Schiffchen quasi daheim. Ach so, jetzt habe ich keine Lampe hier, weil ich den Pferd habe. Oder ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema, wohin Generator. Weil ich hätte ja einen. Der müsste euch da oben sein, oder? Generator. Da haben wir ein Outlight. Lampe, Kabel. Okay. So. Was ist, wenn wir den... Was ist, wenn wir den Generator hierher quasi tun? Warum nicht? Dann hätten wir Stromkabel. Hier, kann man das auch verstecken? Halt, ja, kann man. Das Outlet könnten wir dann einmal hier machen. Dann brauchen wir ein bisschen Benzin. Sips. Gehen wir da hoch. Gehen wir da rein. Dann mal Turn On. Dann könnten wir sagen, Halt. Halt. Und dann könnte man noch sagen, die Lampe, die wir schon haben. Also Tisch. Richtiger Tisch. Ach so, ich habe die ja schon mit. Die kommt hierher. Change Settings. Farbzustammenstellung. Downtown. Dasktain. Ich würde sagen, das lassen wir einfach einmal. Jetzt ist es leider gerade hell geworden. Das heißt, wir sehen das heute nicht mehr. Vielleicht kommt. So, wo ist jetzt meine... Ah, okay. Das sind meine Monizonen. Dann kann man die natürlich auch reparieren. Und wieder einstecken. Den restlichen Kuchen gemalt. Sonst habe ich nachher zwölf Schafe. Ah, ich habe noch Metall. Ich habe noch Metall. Oh, rein. Ich gehe in Holz zum Verbrenner. Ach so. Nein. Braucht es Backpoder oder Gas? Okay. Kein Problem Das Schöne ist ja, der ist ruhig, der Generator Dann hätte ich ihn eh überwahlhielt stellen können So, und wir beschäftigen uns dann mit dem Diplo da unten Hallo, armer Namen, loser, hallo Das ist die Schmecken Ja, haltet ganz schön aus 140, ok, dann darf er Oh, Mann Machen wir jetzt nicht fertig Jetzt überlegt ich mal, ich hätte ihn ohne Alu gemacht So, jetzt war der Alu auch fleißig Oh, das hat sich gelohnt So, was brauchst denn du Du bräuchst es dazu noch klein Dann Das gibt's nun mal alles in ein bisschen Alu Keine Sorge, kriegt's das hier oben Zack, 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 zack Und einmal da rein Und gut ist, so Das gibt's alles da So, mein lieber Franz Danke für die kaputte Fackel Du bist, Elia, wo sind die zwei Schafe Da Ja, schön wie du blöken kannst Aber es schaut schon gut aus Bitteschön Ich muss da unten endlich mal aufräumen Metall ist durch Abtrennen Ich muss da noch was trennen Nee, du bist ja Sehr gut So Prost Wunderbar Das nimm mal alles und dafür kriegst du das wieder rein Sehr gut Sehr gut Und bei dir ähnlich Das nimm ich alles und das bekommst du wieder rein So Die vierte Leise Gut, ich hab überall Viertel, das reicht Ähm, sieben Was bräuchte ich denn jetzt? Ich bräuchte Eins, zwei, drei, vier Fünf normale Winde Sechs Und dann nochmal Sechs Äh Okay Ich bräuchte da von Sagen wir jetzt mal Geld Und Wo sind die mit Window? Da Da machen wir mal Sechs Daraus Ist schön, wenn man so viele Rohstoffe hat Dass man nicht dauernd Gedanken machen muss Muss ich jetzt wieder Holzfällen gehen Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen Das mach ich so schnell nicht wieder Wie gesagt, das waren eineinhalb Stunden Und hier Das hat zwar irgendwie Spaß gemacht Aber ich kann mir was Schöneres vorstellen So Prime Meat Und das decken wir auch mal neu zusammen So Das kannst du mir geben Kann man nicht So Und das da Kriegst du da rein Da brauchen wir noch die Leiter Oh Noch nicht fertig Nein Also Also mit Fenster Wollen wir hier 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 Ohne Fenster Wollen wir Hier Das war falsch rum Ähm So rum Genau Ach Acht Da können wir eins geradeaus machen Und dann nach unten gehend Oder Zwei Hier Fenster Brauche ich noch Hier mal mit Fenster Dann schauen wir mal Was rauskommt Am Ende Wie gesagt Die eine Ecke Die weiß ich selber Die gefällt mir noch nicht Aber das können wir noch hin So 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 Da haben wir noch. Genau. So, da bräuchten wir die Dreiecke noch. Uiuiui, schaut ja ganz schön da aus. Ist ja cool, dass man das von mir aus sieht. Also da haben sie an der Performance verdammt viel gemacht, sonst würde das alles bei mir gar nicht gehen. Dreiecke müssten wir eigentlich noch haben. Die auch. Gut, dann machen wir die mal da drüben. Was ist denn da drüben jetzt? Es geht von da nach oben, genau. Und dann dreht er sich einmal um. Musste ich diese switchen oder die andere? Ich glaube die hier. Moment, jetzt hatte ich es gerade. So, die Trimmer. Üpp. Üpp. Ne, ist falsch. Pick up. Pick up. Gehen wir mal nach oben und probieren es von oben. Also von hier runter. Warten wir mal so. Jawohl, aber... Aber... Hüpp. Ne. Dankeschön, die Siegling wollte ich nicht weg. Das heißt, ich kann es nicht spiegelverkehrt bauen. Genau. Genau, und die müssten wir aber jetzt flippen. Okay. Okay. Oh, das qualmt man sogar ganz gut so. Das qualmt man, ja? Ne, tun wir die auch noch schöner hin. Qualmt man noch nicht. Also der Raum qualmt man generell noch nicht. Aber ist egal. So. So. So, dann bräuchten wir hier noch zwei Waagrechte und die Dächer, die wir oben haben. Also, die Dächer habe ich da reinkorten meines Wissens. Das sind die Fetch Roofs. Dann bräuchten wir zwei. Bräuchten wir dann auch. Und wir bräuchten... Dann bräuchten wir gar nicht. Die will ich unabsichtlich gebaut. Hm. Ich glaube, das reicht dafür dann mal. Na, komm. Dem Tisch ist zu viel drin. Sieben. Sieben. Dann haben wir vier. Genau. Und dann würde ich aber sagen, hier mach mal ein Dach drauf. Genau. Aber kein normales Dach. Gut, das heißt, bräuchten noch... Eins, zwei, drei, sieben. Sieben guten Siegels. Sieben Stück. Okay. Dafür könnte ich dann hier rausgehen. Hätte hier doch noch ein Vordach. Hm. Beim anderen kommt Glas drüber. Könnte man dann eine Wendeltreppe runter machen ins Glashaus. Ist ja auch eine Idee. Hm. Oh, da muss ich noch überlegen. So, sind die Ceilings fertig? Brauchst du ja eigentlich oben nur eingeben. Dann bräuchte ich nicht dauernd so weit ran. Dann kann ich dann runterscrollen, wie es mir geht. So, null. Ähm, nein. Äh, nein. Ups. Null, habe ich gesagt. Nein. So. Äh, die eine Ceiling, glaube ich, muss ich abholen. Die ist, äh, irgendwie... Ich weiß auch nicht, die Volt woanders hin. So. Pick up. Window Wall, genau. Ich habe Ceiling, null, zu machen. Endlich. Da. Es wird so langsam. Mach's, ich sehe dich. Ich renne nicht schon wieder so weit weg. Du gehst zum See. Dann mal hier vier breit. Das heißt, symmetrisch kriegen wir's eh nicht hin. Machen wir jetzt mal das da rein. Ups. Hm. Voll symmetrisch. Und so. Komm mal kurz runter. Mhm. Ja, warum nicht? Das schaut nicht so schlecht aus. Mhm. Mhm. Und das andere wird ja dann ähnlich. Null das Glas. Dann könnte man natürlich überlegen, ob man da noch unten... Hm. Naja, wir brauchen den Platz nicht, also nein. Da könnte man dann echt anfangen mit... Ich weiß es nicht, da rüben. Und einen kleinen Schafskoppel. Ja. Hm. Nur die Pferde, die brauchen was Größeres. Ich brauche eigentlich einen Stall und ein Gehege. So. Also ich sag, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschau. Und papa. Und auf non perhaps. Ich bochein. Weder, was die Pferde.